Ja, es tut schon weh. Ich denke, es war im Großen und Ganzen eine gute Saison. So ein Saisonend-Hits zu haben, ist sehr bitter. Das hat, denke ich, nochmal einen Schub gegeben, da die Fans sehen, dass sie so hinter uns stehen. Es tut uns sehr leid. Wir hätten es wirklich verdient gehabt, dass wir die Playoffs erreichen. Ich möchte nur sagen, ich werde zurück.